Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Wer sind Sie? Nennen wir Sie Vampire. Er kämpft für uns und braucht Hilfe. Du sagst, wir haben also noch 24 Stunden zu leben, ja? Martin Romero ist ausgebrochen aus dem Ronin-Sanatorium. Er ist geisteskrankt. Glaube das Unmögliche. Sie wollen nicht zerstören. Sie wollen ernten. Wie Moskitos vergiften Sie Ihre Beute, während Sie fressen. Ich will sie sehen. Du kannst sie nicht einfach einladen. Sie wären das Letzte, was du siehst. Oder stirbt. Wenn ihr das Desaster überleben wollt, müsst ihr kämpfen. Siehst du jetzt, in was für einer Scheiße du steckst? Ich bin der Letzte, vor dem du Angst haben musst. Es gibt vielleicht ein Dutzend von uns auf der Welt. Erinnerst du dich an mich? Du warst beim Unfall. Ich will mich bedanken. Sie zu jagen ist meine Bestimmung. Der einzige Weg, sie zu töten, ist sie zu enthaupten. Stirb oder leb, um zu töten. Sie kämpfen gegen das Unvorstellbare. Was machen wir jetzt mit der Süßen? Wir köpfen sie. Ohne jede Moral. Ich würde sterben für Ben. Da rein spaziert. Und ohne Skrupel. Die Jagd kann beginnen. Sub-Human. Das ist ein outtaível. Das als Zweck. Das haben wir geworfen. Das zieht.